Oh ja, diesmal mit Luigi, der hat es ja auch verdient. Auf Wunsch von Chrissy, hier nochmal ein längeres Video. Und dann tanzen da Luigi. Oh ja. Mit zwei Gesichtern wohlgemerkt. Das ist übrigens Welt 6, Level 9, wo man diesen tollen Bug ausnutzen kann. Yeah, disco, disco, party, party. I is immortal. I'm back. I'm back. Wie man sehen kann, ich will ungefähr alle 3 Sekunden ein neues Leben. Und ja, im Endeffekt endet es dann bei 99 Leben, da kann man gar nicht haben. Und ja, man bleibt im Grunde so lange da stehen, bis halt die Zeit abgelaufen ist, man stirbt. Guck mal, dass kein Frame zwischen Landung und Abspun. Doch. Oh, nur noch 72 Mario Sekunden. Das sieht man daran, dass kein Frame zwischen ist, weil er den linken Arm aber hoch hält. Siehst du das? Ja, aber wenn er auf dem Boden steht, äh... Dann hält er die Arme runter. Ja. Minimal ist es aber so. Ja, vielleicht. Für einen Frame bestimmt. Oh, du hast jetzt auch schon 79 Leben und du kriegst sogar mehr Leben als ich. Ja. Wenn ich genau in der Mitte stehe, dann schießen nämlich beide. Ja, aber bei mir auch. Ja, das stimmt, du hast von Anfang an da gestanden, ne? Ja. Ja, in meinem Video sieht man das leider nicht so gut. Du musst mitten in der Mitte stehen, sonst... Ja. Weil wenn man links oder rechts schießt, dann schießt nur eine Seite. Und, äh... Ja, das war's. Da kommen noch mehr. Schade, aber für 88 Leben hat's gereicht. 88.